Hallo und willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Wo wir... Oh! Neue Info zu. Sehr gut. Sir, ich sende Ihnen die Position seines Panzerwagens. Die Lieutenant Similees gerade in Panik. Lassen Sie nicht machen. Ja, wow. Ah. Scheiße. Okay. Eins weniger. Da bist du ja, mein Freund. Ja, das wirst du. So. Können wir da falten? Ach ja. Vielleicht da vorne noch gar nichts. Du kannst mich nicht aufhalten. Also. Komm schon mal. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich greife an und ich greife durch. Nur, dass du Bescheid weißt. Komm schon. Und du bist weg. Unterschriftungsanleiten zurück! Für uns. But units here, die Diet sind so gut wie erledigt. Was wird denn noch da, ne? Weißt du was das Ding mit Autos? Verankeh jetzt! Und Gas! Firefly? Doch man wird brennen und du mit ihm! Idiot! Ach ja! Der Typ überschätzt sich maßlos! Oder ich überschätze mich maßlos! Ach ja! Sein Dude! Wow! Wow! Gut, dann wird er das reinigen, was ich mit dir anstelle! So ein Idiot! Okay, bald hat er keinen Sprit mehr! Es ist schon so lange her! Ähm! Verdammt! Ah, da ist er! Wie lange muss ich noch hinter ihm her? Ja! Ah! Sehr gut! So! Und brennen! So! Niederschlagen! Schnell, 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 schnell! Nein! Ah! 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 Rennen! Ah! 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 Ich bin der Schartige, der schartige, ledrige Haut, der hübsche, wachsartige Schein! Nun müsste ich wählen! Verbrennungen wären mein liebstes Narbengewebe! Naja, Verbrennungen und seelische Narben. Nicht wahr, Brusi? Du Schweine. Könnt ihr euch sowas von in die Fresse schlagen? Gut, das haben wir bei der Milizwelt nur noch ein einziger. Gut, und hier beim Pinguin sind wir ein Pinguins gefunden. Er steht am Kanal auf Bleak Island. Danke, Nightwing. Ich nähere mich zu Fuß und verfolge ihn bis zum Waffenlager. Ja, spring runter. Sehr gut, sehr gut. Wenn wir ja fertig sind, wird nichts von dieser stinkenden Stadt übrig bleiben. Und go! Okay. Ja. Ach ja? Versuch's doch. Ja, das wollte er. Und er hat's noch geschafft. Idioten. Idioten. Wie läuft's? Gut, bist du dich gemeldet hat? Warum höre ich deine verdammte Stimme? Äh, es ist Batman. Hä? Was nun? Er hat uns gefunden. Warum seid ihr alle so verfluchte Versager? Sorry, Boss. Oh, hallo. Na dann. Entschuldigung, angenommen. Verdammthaft? Nein, verdammt. Er hat sich schon zwei meiner Ladungen hingeschnappt. Wer Nummer 3 auch noch kriegt, schnallt ihn ja die Eier ab. Jetzt hängt ihn ab. Luft ist rein. Wir haben ihn wohl abgehängt. Wasser Tank. Jetzt schnell, bevor er uns wiederfindet. Das Idioten. Als würd. Du bringst uns zur Ablandestelle, oder? Aber sicher. Vielleicht ist das unsere einzige Chance. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich hab dir gesagt, wir werden ihn los. Das war's bei der Fledermaus. Er hatte nie eine Chance. Wie ich gesagt hab, die Fledermaus hat's nicht mehr drauf. Wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Idioten. Die können doch ahnen, dass das Absicht ist. Nee, wie können die glauben, dass das... ...dass sie es geschafft hat? Ja, was sollte dann ein Mann deines Kalibers machen? Ich hab' mich hierher schicken lassen. Mann, ich brauch' was zum Abknallen. Äh, Idiot. Der Pinguin hat ein Waffenlager in der Nähe des Fischmarktes in Drescher. Alles wie gehabt, Dick. Geht klar. Mein Mann meines Kalibers sollte nicht Wache schieben. Ähm... Ernsthaft? Mann, ich brauch' was zum Abknallen. Okay, gehen wir rein. Hast du Munition? Ja. Bobby? Hör dir das. Was ist mit dir, Knuckles? Hört ihr das? Was? Könnt ihr schwören, ich hätte was gehört. Ist nur der Wind, der durch deinen Kopf bläst. Leck mich. Hey, Klappe, Jau. Du kannst ja auch erwarten, was für den verfluchten Geld auszugeben. Okay, diese Struktur ist... Batman wird's nicht wagen, seine Fratze heute hier zu zeigen. Nicht, wenn er schlau ist. Idiot. Explosionsgeld trifft fünf Leute. Ich frage mich, wie es Pieks da vorne geht. Hat ihn echt angepisst, dass er Wache schieben muss. Gut, und jetzt... Tschau, Leute. Und der Letzte. Okay. Wenn ich ehrlich bin, das... ...wirke ich halt einfach. Und... So. Abdeckung. Und weg mit dir. Jetzt gehe ich da rein. Ah. Klar, und ich werde mich sicher beim Post beschweren, wenn er zurückkommt. Sag ja nicht. Gut, älte. Übergehst nicht. Wir arbeiten immer noch für den Pinguin. Lässt du mich für einen Trottel? Du fasselst doch die ganze Nacht von Too Faced. Ich bin nur neugierig, was dein Plan ist. Hör auf damit. Verstanden? Verstehe ich. So. Je mehr Waffen wir verkaufen, desto mehr Kohle machen wir. Also, Kauschorn. Ja. Let's do Nightwing. Was machen wir jetzt? Also, ein Nightwing hat ja Elektroschocker. Also solltest du vielleicht ein Nightwing hassen. Verdammt. Lass dir weg! Ja. Du weißt ja so, Batman. Wer ist so? Oh. Batman. Oh. Ich darf nicht den. Ist das ein Scherz? Ja. Ja. Gut. Vielleicht nutze ich nur eine Hand. Macht es interessanter. Okay, und der Letzte. Au. Gut. Ich bin erst zufrieden, wenn der Pinguin seine gerechte Strafe erfährt. Du warst immer gut daran, Partys zu ruinieren. Ja, ja. Also öffnen. Sprühen. Rausgehen. Zuschließen. Und dann in die Luft jagen. Und wo ist der Joker? Schon wieder kein Joker? Oh. Jetzt soll es auch noch weit genug weggehen. Aber reden wir mit Nightwing. Nenn mich verrückt, aber wir könnten Pinguin schneller finden, wenn wir uns aufteilen. Ich kann so einen Raum selbst schaffen. Äh, lass dir nur Zeit mit deiner Zustimmung. Ich glaube, wir beide wissen, wer den Löwenanteil der Arbeit bei den Kämpfen hat. Ich halte mich jetzt etwas zurück, damit du aufholen kannst. Gut. Ja, meine Zustimmung kommt noch. Ach, du Scheiße. Ernsthaft? Eine riesige Statue mit Pinguin als König mit einer Rakete und drumherum magte Frauen. Okay, dann gehen wir mal raus. Äh, wie ist Nightwing hier reingekommen, wenn er... Egal. Das ist egal. So. Gehen wir raus. Gut. Was haben wir denn noch? Der Letzte. Es ist nur noch ein Panzerwagen übrig. Ich sende ihn die Position. Danke, Alfred. Ich werde es genießen in... Nein, ich habe keine Angst vor Badmah. Hab einen schwarzen Gürtel in Kraft Magal. Er tut mir leid. Wirklich. Er sagt, ich tut ihm leid. Äh, da ist er ja auch schon. Also. Komm her. Ja. Au. Ja, Schweine. Ja, das werdet ihr bereuen. Na, komm schon. Und der Nächste, bitte. Ah, was soll's? Feuer! Ja, der hat's wirklich erwischt. Wow. Nein. Los, los, los. Und Feuer! Weg da, du schwach Mann. Ah, der Rilla-Eingang. Und der Nächste ist da. Und der Nächste ist da. Er hat sich halt erwischt. Und das nicht zum letzten Mal. So. Verdammt. Ach, was du nicht sagst. Ach ja? Ja! Danke, Alfred. Und ein weiteres vollendet. Wie viele fallen hier noch? Drei. Nein, zwei. Zwei bloß noch jemand die Fresse einschlagen. Aber wissen wir schon Bescheid, wo? Nein, sieht nicht so aus. Gut, was fällt noch? Was fällt noch? Okay, das ist die How-Quest. Dann vielleicht der Riddler. Ich bin unterwegs zur Divinity Church. Riddler wird nicht aufgeben. Erfüllung. Stolz lässt das nicht zu. Sie werden sein Bild brechen, Sir, und da bin ich nicht versichert. Ist das, was ich glaube? Es ist Batman! Geh, komm! Oh nein, ist das wieder so eine Autorennaktion? Das unerforschte Leben ist nicht lebenswert, Detektiv. Warum also lasse ich mir von dir so auf der Nase herumtanzen? Du bist ein Lügner und Betrüger, bitte. Ein verkleideter Kraftprotz mit teuren Spielzeugen. Weltbester Detektiv? Ah! Trotzdem glaubt das jeder von Gotham bis Star City. Ich ertrage hochstablerlich Detektiv, verkleidete Deletanten, geduldet von intellektuell Überlegenen und noch das letzte Fünkchen Dankbarkeit, Würde und Respekt stehlen. Sonst noch was? Gut. Willkommen Detektiv in der Gosse, die ich dich sprichwörtlich und wahrscheinlich auch tatsächlich runterspülen werde. Das Ziel dieser aquatischen Untersuchung könnte nicht einfacher sein, Detektiv. Senke den Wasserspiegel so. Zuerst allerdings ist es Zeit für ein Rätsel. Löse dies, Detektiv. Was tun Fledermäuse beim Heimkommen? Ähm, fliegen? Nononononon in einem Ah! Okay. Ah! Bestätigt to... iin! Für ahí. Es wird... Die Batclaw wird nicht funktionieren, aber ich kann die Winde am Batmobil verwenden. Moment... Okay, und jetzt zurück zu Batman. Da passiert ja nichts. Jups! Okay, dann nehmen wir mal... Diese Steuerhummern, komm mal. Na ganz... Also war ich schon mal richtig. Also vielleicht hier. So, und jetzt hier runter. Nein, definitiv! Du musst den rotierenden Spitzen Todes klingen! Ausweich! Ausweich! Gut. Ich glaube ich habe es geschafft. Ah, was solltest du denn? So... Falala! Falala! Okay. Gut, überleg, überleg. Nein, das wollte ich nicht. Aber auch da wollte ich das. Hm. Ah. Doch, ich muss um zwei. Das ist kein Problem. Runter mit uns. Runter. Runter. Einmal runter. Zweimal runter. Hier. So. Okay. Aha, da. Moment. Nein, bitte. Okay, zurück. Was? Ich habe es geschafft. Ich meine, natürlich habe ich das. Klar, wie erwartet. Idiot. Also, das war es für diese Folge. Ich habe es noch mal, wenn es wieder heißt. Batman Arkham Knight.